Bitte, eine Leistung zum niederknien. Ich tu das einfach mal. Ich meine das ganz selten von Frauen, ich glaube die einzige war meine Frau. Rola, du hast hier großen Sport gezeigt, die Kuba-Kölle liegt dir zu Füßen. Wie fühlt sich das an im Augenblick? Das ist richtig geil. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich dachte schon, mein erster WM-Kampf war die Krönung, aber das wird immer besser. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte eine volle Halle, ich habe eine volle Halle gekriegt. Eine super Stimmung, ein tolles Publikum. Ich habe das beste Team, was ich mir vorstellen kann, die beste Familie, die mich immer unterstützt. Ich liebe euch, danke, danke, danke. Mein ganzes Team, jeder Einzelne, der hier die letzten Tage aufgebaut hat, der Nachtschwein.